Digitalisierung ist derzeit in aller Munde. Der Fokus liegt dabei oft auf der Erschließung neuer Geschäftsmodelle und Effizienzsteigerung durch Automation und künstliche Intelligenz. Das Thema Nachhaltigkeit wird dabei zumeist nicht betrachtet. Und genau hier setzt das Buch Nachhaltige Unternehmensführung in der Digitalisierung an. Die Autoren zeigen in praxisnahen wie wissenschaftlich relevanten Anwendungsfällen, wie die nachhaltige Unternehmensführung durch gezielte Nutzung der Digitalisierung gelingen kann. Dazu werden konkrete Anwendungen gezeigt, zum Beispiel aus einem DAX-30-Konzern, aber ebenso die gesellschaftlichen Aspekte und auch die Notwendigkeit diskutiert einer neuen digitalen Ethik. Die Verbindung von Praxisbeispielen und wissenschaftlicher Fundierung spricht Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen an. Erstere finden Anregungen in dem unergründeten Umfeld der Digitalisierung, also sozusagen die Frage der Do's und Don'ts, für eine nachhaltige Unternehmensführung. Für Wissenschaftler und Studierende dürfte darüber hinaus die behandelnde Frage von großem Interesse sein, wie die Triple Bottom Line, also die wirtschaftliche, die ökologische und die sozialen Komponenten, überhaupt in der Digitalisierung zu verankern sind. Wir, die Herausgeber, freuen uns auf einen regen Dialog mit der Leserschaft.